hallo hier heute kühler mit rechts und kommt auch zum oz kanal zum kleinen fnaf fangame besser gesagt einer demo heute haben wir die demo von case 27 ist eine office demo und wir gucken einfach mal rein und ja wie gesagt vielen dank an meine unterstützer ohne das gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen dank gucken wir mal was auf uns zukommt willkommen zu den ralphs playplay security medschiff training video dies wird über alles ihr müsst wissen bevor es starten ihr erst in der office Was ist das? komisches Intro, oder? Ja, ich verstehe alles. I understand nothing. Door? Use lever to close door. Jo. Light. Use button to flashlight. Wait for light or recharge. What the? Ja, ich bin die Unity engine. Keep the door to the radar charged. You can charge the door in the YouTube menu. Cameras may lose signal every now and then. You can also repair the cameras in the YouTube menu. Time in the line of code. Time in the line of code. See you later. Okay, come on. What? Disturbed ring. Loading. Please hold the light. Nice one. Night one, jo. Hallo? Spiel? Also irgendwie will das nicht, glaube ich. Ey, irgendwie will das nicht. Hallo? Es hat sich, glaube ich, aufgehängt. I don't see anything. Ah, jetzt, jetzt sehe ich was. Ah, heiligsbrechle. Wieso macht man so Spiele mit den Juden zu Ende? Util? Dort, Schatz, oh, das heißt. Really? Da ist der Schalter. Da kann man was... Back? Ich meine, so sieht's ja mal nicht schlecht aus, ne? So full of coffee care. Ja, jetzt. A store generator power charge. Back. Lollipop. Wo sind wir? Wir sind hier. Hier tut sicher noch nichts. Hellway? 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 Noch sehen wir keinen? Oh, da bist du ja andauernd hier in Stress. Oder? Aber es ist ja nur mal eine Office-Demo. Ob da jetzt letztendlich auch was passiert? I don't know. Und wir schauen mal hier hoch, ne? Ah, da ist die Tür zu, ne? Hier geht die Tür zu. All right, no signal, camera repair, daughter, hallo? Ich muss noch warten, eh, ich hätte vielleicht nicht zuviel Tränen oben spielen sollen, oder? 3, 2, 1 und dann kann ich wieder, ah, bis ich wieder hochgebootet habe, oder was? Camera Repair, ja install, ja installen mal, ne? Aber wie gesagt, ist nur ne Demo, kleiner Einblick für euch. No signal. Ich höre was, da kann ich aber nichts machen, ne? Error, 3 Uhr, 4 Uhr. Dead. Upsala. Joa, why not? Nicer, nicer. Aber ich würde sagen, dass nur ne Demo ist. Lassen wir das mal dabei. Das war halt die kleine Demo von, oder die Office Demo von Case27. Interessant sieht's aus. Nicer, nicer. Aber halt, ja, ich bin halt bei den Settings, bin ich halt auf High, ne? Jetzt habe ich's wieder hochgemacht. Nein, nicht Fullscreen. Du hast jetzt, da bin ich doch, du simpel. Anbeliebebel, oder? Da wollten wir was zeigen und dann scheiße wandern. Naja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr euch wieder einschalten wollt, auf meinem rostigen Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr kein Abo habt, ein Köpfchen drücken. Press that button to subscribe. Ansonsten, schön, wenn du irgendwie gegründet hast. Wenn du irgendwie gegründet hast. Okay. Okay. Okay.